Das ist mein neues Auto. Es sieht schnell aus. Es sieht schnell aus. It is fast. Es ist schnell. Es ist schnell. How fast can it go? Wie schnell fährt es? 200 km an hour. 200 km an hour. That is very fast. Das ist sehr schnell. Das ist sehr schnell. That mountain is very high. Dieser Berg ist sehr hoch. Dieser Berg ist sehr hoch. Let's climb it. Lass uns hochklettern. Lass uns hochklettern. No, let's have lunch. Nein, gehen wir Mittag essen. Nein, gehen wir Mittag essen. You are lazy. Du bist faul. Du bist faul. You are crazy. Du bist verrückt. Du bist verrückt. This hill is steep. Dieser Hügel ist steil. Dieser Hügel ist steil. Yes, be careful. Ja, sei vorsichtig. Ja, sei vorsichtig. I'm afraid to slip. Ich habe Angst auszurutschen. Ich habe Angst auszurutschen. Take your time. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. I will be glad when this is over. Ich bin froh, wenn das vorbei ist. Ich bin froh, wenn das vorbei ist. Ich bin froh, wenn das vorbei ist. It will be over soon. Es ist gleich vorbei. Es ist gleich vorbei. Es ist gleich vorbei. It's very cold today. Es ist heute sehr kalt. Es ist heute sehr kalt. Do you want a sweater? Möchtest du einen Pullover? Möchtest du einen Pullover? Do you have one? Hast du einen? Hast du einen? in? Yes, here you are. Ja, hier. Ja, hier. Ah, it's warm, thank you. Ah, er ist warm, danke. Ah, er ist warm, danke. You're welcome. Nichts zu danken. Nichts zu danken. Do you like novels? Gefallen dir Romane? Gefallen dir Romane? No, I like movies. Nein, ich mag Filme. Nein, ich mag Filme. What is your favorite movie? Welcher ist dein Lieblingsfilm? Welcher ist dein Lieblingsfilm? Star Wars Krieg der Sterne Krieg der Sterne That is a silly movie. Das ist ein doofer Film. Das ist ein doofer Film. Yes, it is. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Do you play baseball? No, I play soccer. Nein, ich spiele Fußball. Nein, ich spiele Fußball. Soccer is a rough sport. Fussball ist eine raue Sportart. Fussball ist eine raue Sportart. Fußball ist eine raue Sportart. Baseball ist eine raue Sportart. Baseball ist zu langsam. Baseball ist zu langsam. Baseball ist zu langsam. Soccer ist zu rau. Fußball ist zu rau. Fussball ist zu rau. Wir mögen verschiedene Sportarten. Wir mögen verschiedene Sportarten. Have you seen my cat? Hast du meine Katze gesehen? Hast du meine Katze gesehen? I saw it yesterday. Ich habe sie gestern gesehen. Ich habe sie gestern gesehen. Did you see it today? Hast du sie heute gesehen? Hast du sie heute gesehen? No. Nein. Nein. I lost my cat. Meine Katze ist mir entlaufen. Meine Katze ist mir entlaufen. There he is under the chair. Da ist sie unter dem Stuhl. Da ist sie unter dem Stuhl. What did you do yesterday? Was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gemacht? Ich habe mir die Haare schneiden lassen. Ich habe mir die Haare schneiden lassen. What did you do two days ago? What did you do two days ago? Was hast du vor zwei Tagen gemacht? Ich war bei der Nagelpflege. Ich war bei der Nagelpflege. You are very well groomed. Du legst viel Wert auf dein Äußeres. It is important. Das ist wichtig. Das ist wichtig. The dog is barking. Der Hund bellt. Der Hund bellt. He is hungry. Er hat hunger. Er hat hunger. Give him some food. Gib ihm was zu fressen. Gib ihm was zu fressen. I already gave him some food. I already gave him some food. Frisst er viel? Frisst er viel? He eats all the time. Er frisst die ganze Zeit. Er frisst die ganze Zeit. You are very energetic. Du bist voller Energie. Du bist voller Energie. Du bist voller Energie. do you jogging? Jogst du? Joggst du? Yes, I jog. Ja, ich jogge. Ja, ich jogge. Do you lift weights? Hebst du Gewichte? Hebst du Gewichte? Yes, I lift weights. Ja, ich hebe Gewichte. Ja, ich hebe Gewichte. What are you doing? Was machst du? Was machst du? I am waiting for my wife. Ich warte auf meine Frau. Ich warte auf meine Frau. What is she doing? Was macht sie? Was macht sie? She's shopping. Sie kauft ein. Sie kauft ein. Sie kauft sich etwas zum Anziehen. Sie kauft sich etwas zum Anziehen. Have you ever been to France? Waren Sie schon einmal in Frankreich? Waren Sie schon einmal in Frankreich? Yes, I like France. Ja, Frankreich gefällt mir. Ja, Frankreich gefällt mir. Have you seen the Eiffeltower? Haben Sie den Eiffelturm gesehen? Haben Sie den Eiffelturm gesehen? Haben Sie den Eiffelturm gesehen? Sind Sie auf den Eiffelturm gestiegen? Sind Sie auf den Eiffelturm gestiegen? Yes, it is very high. Ja, er ist sehr hoch. Ja, er ist sehr hoch. Ach so, ich habe ihn, herr. Also, ich bin immer noch. Ich habe ihn mit mir.